Vom 1. bis 7. Oktober findet die Weltstillwoche statt. Wir möchten einfach in Völkermarkt darauf aufmerksam machen, dass Stillen normal ist. Diesjährige Logo der Weltstillwoche sagt aus, dass auch die Väter zum Stillen mit einbezogen werden sollen. Deswegen bieten wir im Völkermarkt viermal im Jahr einen Stillvorbereitungsworkshop auch für die werdenden Väter an, auch für die künftige Oma. Da findet der nächste im Jahrzember statt und wir freuen uns total, dass so viele Kummer sind heute, dass so viele einfach ein Zeichen setzen wollen. Tschüss! Jetzt gehen wir ins E-Kitz, da gibt es jetzt noch Kaffee und Kuchen und werden die Weltstillwoche, also unsere Aktion, im E-Kitz ausklingen lassen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017